So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In der ersten Taktik zum FM24 erwartet euch ein 433. Die Taktik ist eine Mischung von Jürgen Klops Fußball und vom Trainer von Tottenham Poste Koglu. Mit den Recreations der Taktiken werde ich erst beginnen, wenn der FM24 richtig released ist, also nach dem 6. November. Da es in der Beta noch kein Steam Workshop gibt, gibt es diese Taktik über ein Google Docs Dokument zum Downloaden. Wenn dir diese Taktik gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du keine weitere Taktik mehr im FM24 verpassen willst, dann kannst du diesen Kanal auch kostenlos abonnieren. So, im Spiel angekommen will ich euch natürlich wie immer gleich die Taktik zeigen. Und zwar haben wir im Tor einen Mitspielenden Torwart auch verteidigen. Zwei Inverse Außenverteidiger ohne jegliche Anweisung. Inversen Außenverteidiger sind dank der neuen Match Engine immer hier im Zentrum zu finden. Also ergibt sich quasi das Aufbaubild, wenn man im Ballbesitz ist. Und die beiden Achter schieben dann weiter nach vorne. Also hat man im Aufbau dann ein 2-3-4-1. Der bei spielender Verteidiger hat die Anweisung häufiger dribbeln, der Innenverteidiger hat gar keine Anweisung. Wenn ihr gegen schwächere Gegner spielt, könnt ihr den defensiven Mittelfeldspieler unterstützen lassen. Spielt ihr gegen stärkere Teams oder auswärts würde ich ihn immer auf Verteidigen stellen. Einfach um eine stabilere Defensive zu haben. Auf den beiden Achterpositionen haben wir einen Box-to-Box-Mittelfeldspieler und einen zentralen Mittelfeldspieler auf Angreifen. Der rechte Flügelspieler ist auf Angreifen und hat was Neues, was vorher noch nicht im FM ging und zwar mit dem Ball nach inziehen. Das konnten vorher keine Flügelspieler machen. Der linke Flügelspieler ist ein inverser Außenstürmer ohne jegliche Anweisung. Und im Sturm haben wir einen kompletten Stürmer. Hier könnt ihr auch wahlweise einen Stoßstürmer auswählen. Je nachdem was ihr für einen Spielertypen in eurem Verein habt. Da hier Sebastian Haller rumläuft, passt ein kompletter Stürmer einfach besser als ein Stoßstürmer. Grundausrichtung ist kontrolliert. Im Ballbesitz ziemlich eng. Könnt ihr auch auf ziemlich breit stellen. Spielaufbau pass in die Tiefe, hinterlaufen links, hinterlaufen rechts. Ungeordneter Spielaufbau aus der Defensive. Hinterlaufen links, hinterlaufen rechts. Könnt ihr auch raus machen. Aber ich mag es einfach, wenn die dann aus der Zentrale nochmal hinterlaufen. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Das macht die Taktik aber dann deutlich offensiver. Wenn die quasi die ganze Zeit hier auf Konterabsicherung stehen oder als Anspielstation für die vorderen Flügelspieler, seid ihr weniger konteranfällig. Passspiel etwas kürzer, Tempo etwas höher. Geduldig spielen könnt ihr auswählen und kreativer spielen. Das Umschaltspiel nach Ballverlust gegen Pressing, nach Ballgewinn Konter und als üblich aus dem 23er Ball ausrollen und auf Innenverteidiger und auf AV abspielen. Pressing Linie ist hohes Pressing. Dann die Defensivlinie gegen schwächere Gegner würde ich immer auf höher gehen und gegen stärkere Gegner auf Standard. Das Pressing ist viel häufiger. Torwart am kurzen Passspiel hindern, mehr in die Zweikämpfe gehen und Flanken verhindern. Die höchste Durchschnittsnote hat Karim Adiemi, danach kommt Julian Brandt und Marco Reus. Die meisten Tore hat Sebastian Haller erzielt mit 18, danach Marco Reus mit 16, Julian Brandt mit 15. Wo ich hier gerade Benze Baini sehe mit 8 Toren. Ich denke, dass er die meisten Tore per Standards erzielt hat. Die Standards sind auch sehr stark im 24er. Natürlich eingestellt bei der Taktik. Die meisten Vorlagen haben Julian Brandt und Karim Adiemi, jeweils mit 17, danach kommt Marco Reus mit 16. Mit dieser Taktik konnte ich die Bundesliga gewinnen, der Champions League war leider in der Gruppenphase Schluss und im DFB Pokal und in den DFB Pokal konnten wir auch gewinnen. In der Bundesliga konnten wir 89 Tore erzielen und kassierten nur 24 Gegentore. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du keine weitere Taktik mehr am Football Manager 24 verpassen willst, dann kannst du diesen Kanal auch kostenlos abonnieren. Dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.